Hey, hallo Leute, hier ist euer Marc von OfficialVento und herzlich willkommen zu einem kleinen Video mal wieder von mir. Das letzte Video kam ja auch wieder von i3 und dem RICE, den ich damals gemacht habe. Das ist mittlerweile nicht mehr existent, der RICE existiert nicht mehr. Whatever, ist ja auch egal. Wir befinden uns heute auf meinem produktiven Desktop, beziehungsweise auf meinem Hauptrechner, mal zur Abwechslung. Und wie ihr seht, also das sind jetzt zwei virtuelle Maschinen, aber ich bin zu Hause in der Debian-Welt, deswegen läuft bei mir Debian. Jedenfalls darum geht es in einem anderen Video. Ich möchte heute euch erklären oder ein bisschen den Horizont erweitern, was andere Betriebssysteme angeht, abseits von GNU plus Linux. Es gibt da nämlich noch eine andere Seite, die heißt BSD. Natürlich gibt es noch viel weitere Seiten, weil es nicht gemeint ist, dass es nichts mehr anderes gibt. Jedenfalls möchte ich heute euren Horizont ein bisschen in Richtung BSD erweitern. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was für euch. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an, warum ich BSD super interessant finde und warum ich mir das dieses Jahr, vor allem, also 2019, erstmal frohes Neues an euch alle, warum ich mir dieses Jahr das etwas länger und intensiver angucken möchte und das lernen möchte, damit umzugehen. Wie gesagt, vorab, ich bin kein großer Experte, was das angeht. BSD ist für mich auch ein komplettes Neuland. Natürlich ist es ein Unix-artiges System. Dennoch ist es nochmal ein bisschen anders, weil es eben nicht die GNU-Core-Utils sind, die da drin sind, sondern eben diese BSD-Geschichten. Und von daher ist der Umgang damit etwas anders. Ich möchte heute auf jeden Fall zeigen, warum ich persönlich das so toll finde und warum ich mir das dieses Jahr genauer angucken werde. Wie gesagt, das ist nur eine Inspiration für den einen oder anderen. Wer darauf keinen Bock hat, der kann das Video gerne pausieren. Erstmal natürlich nochmal ganz kurz, bevor ich beginne, vielen Dank an all euren Support. Jedes Video hat von mir über 100 Aufrufe. Das war bei den anderen Chalden, die ich vorhin hatte, war das nie der Fall. Deswegen ein riesengroßes Dankeschön dafür. Ist ein ganz anderes Gefühl, eine aktive Community zu haben, als meine anderen Channel. Da war nämlich gar nichts los. Und anscheinend ist der deutsche Linux-Videomarkt noch sehr überschaubar. Und ich gehe davon aus, dass es noch sehr interessant wird mit diesem Channel hier. Aber gut, fangen wir einfach mal an. Ich habe hier zu unserer Testinstallation, habe ich hier rechts ein neues Debian frisch aufgesetzt. Das ist allerdings ein Buster SID. Muss man dazu sagen. Wow, steht natürlich auch hier oben. Ein Buster SID läuft in der QEMO-Virtual Machine. Und habe ich jetzt nur zum Test aufgesetzt, damit wir ungefähr gleiche Programmstände haben. Ich habe das gleiche installiert wie auf der linken Seite. Auf der linken Seite ist ein OpenBC 6.4. Auch neu gepatcht. Wie gesagt, kein Release, also kein Demo-Channel, sondern kein Beta-Channel, sondern ein Release-Channel. Also wie gesagt, rechts ist die Unstable-Version von Debian. Entschuldigung, die Testing-Version von Debian. Und links ist, wie gesagt, die produktive Version von OpenBSD drauf. Ja, BSD, verschiedene BSD gibt es. NetBSD, FreeBSD, OpenBSD. Um ein paar zu nennen, ist eine super interessante Sache. Wir schauen uns das einfach mal an, wieso ich das so toll finde. Und zwar reden wir, kommen wir zum Thema Userland. Mittlerweile ist es so, meiner Meinung nach, dass Linux, der Linux-Körnel und auch das Userland von Linux ein Messie, ein Chaos ist. Ein Riesenchaos. Wo kommt etwas hin und welche Verzeichnisse? Schauen wir uns einfach mal den BIN-Folder an. Ja, wir sehen, hier ist einiges los. Hier geht es ganz schön ab. Wir sehen richtig viel. Und wie gesagt, da es nur ein paar Software sind, die ist hier installiert. Also wir haben hier nur Hardtop, Figlet. Was haben wir noch? Also Figlet, Hardtop und was habe ich noch installiert? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Auf jeden Fall ist es auf beiden Seiten das Gleiche. Beide haben keinen X-Server drauf, damit es da keinen Bloat gibt. Wie gesagt, also gut, schauen wir uns das auf jeden Fall mal an. Merken wir uns das. Ich gebe jetzt mal das Gleiche auf der BSD-Seite ein. Oh, da ist ja ein bisschen weniger los. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, im Linux-Userland weiß keiner so richtig, wohin mit den ganzen Sachen. Und wir tun es einfach dahin, wo es ganz gut aussieht. Schauen wir uns noch mal ein paar andere Sachen an. Zum Beispiel Espin. Da ist einiges mehr los. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, bei BSD wird standardmäßig einfach viel weniger mitgebracht. Und bei Debian ist einfach viel mehr mit dabei. Ich hätte vielleicht eine weniger gebloatete Distribution nehmen müssen. Trotzdem kann man das meiner Meinung nach schon vergleichen. Allein diese zwei Sachen zeigen mir auf jeden Fall, dass die linke Seite, die OpenBSD-Seite, jedenfalls deutlich weniger messy ist als die rechte Seite. Warum ist OpenBSD für mich auch wieder so toll? Ganz einfach, ich bin ein Fan, deswegen nutze ich auch Debian von konservativen Paketentscheidungen, Paketauswahlentscheidungen. Welche Version, wie stabil ist das alles? Ich bin ein Fan von stabiler Software und nicht von unbedingt neuer Software. Und da ist OpenBSD einfach genau auf meiner Seite und genau auf das, was ich gut finde. Ich würde trotzdem ein OpenBSD nicht auf meinem Desktop-Rechner einsetzen, weil dort der Treibersupport dann doch sehr hinkt auf solcher Hardware. Auf einem Server hingegen oder in einer VM oder sonst was ist OpenBSD sicherlich eine interessante Sache, die man sich anschauen sollte. Ich plane hin und wieder, ich bin mir da immer noch nicht so sicher, ob ich es wirklich tun soll, meine ganzen Server, die ich für meine Webseiten, Mail-Server und so weiter im Internet habe, dass ich die auf OpenBSD eines Tages mal umstellen werde, weil ich einfach so begeistert bin von dem Betriebssystem und ich es super interessant finde. Wie gesagt, das Ganze ist wie gesagt nur ein kleiner Einblick, nichts Besonderes. Ich wollte einfach nur ein bisschen euren Horizont erweitern, dass ihr euch vielleicht sowas mal anguckt. Wir können uns ja nochmal die Memory-Usage hier angucken. Also wir haben hier 81 MB, ohne dass ich irgendwas Großes gemacht habe, ohne dass irgendwelche viele Services laufen. Und hier auf der linken Seite haben wir 30 MBit. Und ja, ist ganz interessant, sage ich mal so. Also wie gesagt, interessantes Betriebssystem. Einfach nur mal ein bisschen schauen und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich plane mehr. Bin aber immer noch so ein bisschen überfordert, was ich euch jetzt zeigen soll. Genug Themen gibt es ja, aber wie gesagt, sagt, schreibt mir in die Kommentare, was ich euch zeigen kann. Und ja, wir schauen dann mal. Und ja, man sieht sich. Euer Marc von Office Eventor. Und ja, wir schauen dann mal.